Schon beim ersten Anblick ist klar, Saab ist sich und seiner Tradition recht treu geblieben. Front, Heck oder Seitenlinie, überall sind unverkennbar die Saab-Gene vorhanden. Von der Seite ist die Spur-Buckelwahl unverkennbar, an der ein Saab schon immer von Weitem zu erkennen war. Tradition, sagen die einen. Altbacken und kein Mut zu einem neuen, wirklich innovativen und mutigen Design, meint die Gegenfraktion. Traditionell bekanntes im Inneren. Hier und da ist seine doppelte Staatsbürgerschaft unverkennbar. Saab gehörte nun mal jahrelang zu Opel. Dennoch, im Großen und Ganzen, durfte er seine eigene Linie behalten. So wird ein Saab immer noch in der Mittelkonsole gestartet. Früher per Zündschlüssel, heute halt per Startknopf. Das Cockpit erinnert nach wie vor an das Ambiente eines Sportflugzeuges. Kleine Designspielereien wie der zuschaltbare digitale Tacho im Look eines künstlichen Horizontes verstärken den Flugzeug-Cockpit-Eindruck. Nett und ebenfalls eine Saab-Tradition. Diese kleinen Hebelchen, mit denen sich die Lüftung in alle Richtungen einstellen lässt. Neben seinem eigenwilligen Design hat unser Testwagen eine eigenwillige Seele. Der Schwede weigert sich, partout mit uns kontinuierlich auf Deutsch zu kommunizieren. Einmal die Zündung ausgeschaltet, spricht er beim nächsten Start wieder stur Schwedisch mit uns. Diese kleine Eigenheit sei ihm verziehen. Wesentlich schlimmer finden wir, dass der Schwede mit dem soliden Ruf an vielen Stellen recht unsolide zusammengebaut ist. Egal ob an Türen, Kofferraumdeckel oder bei der Innenverkleidung. Die finale Verarbeitung lässt doch zu wünschen übrig. Bei einem Auto, das schon im Grundpreis fast 40.000 Euro kostet, mit Sonderausstattungen schnell auf 50.000 Euro kommt, dürften solche Ungenauigkeiten bei den Fugen und Spaltmassen einfach nicht sein. Dabei könnte der Saab die extravagante Alternative in der oberen Mittelklasse sein, wenn nicht nur Ambiente und Ausstrahlung, sondern auch die Verarbeitung stimmt. Schließlich können sich die meisten Saabkäufer ohne weiteres eine Premium-Alternative heimischer Herkunft leisten. Gut mithalten kann der 9-5 dank einer Gesamtlänge von über 5 Metern beim Platzangebot. Vorne gemütlich, bequem und funktional, im Fond sogar extrem geräumig. Selbst relativ große Menschen haben genug Platz für Knie und Kopf. Ebenfalls recht großzügig der Kofferraum. 515 Liter passen rein. Dank Sonderzubehör lässt sich die Ladung rutschfrei und sicher verstauen. Seine Fahreigenschaften sind vor allem auf langen Strecken sehr gut. Ruhig, gelassen, entspannt schluckt er dank Gasdruckstoßdämpfern Fahrbahnunebenheiten locker weg. Der Radstand von fast 3 Metern sorgt für guten gerade Auslauf. Der Diesel hat jederzeit genug Kraft für zügiges Überholen. Selbst bei schneller Fahrt über der 200er Marke bleibt es im Innenraum angenehm ruhig. Auf der Landstraße sorgt das straffe Fahrwerk für Stabilität, vor allem auf kurviger Strecke. Allerdings macht es die für unseren Geschmack zu leichtgängige Lenkung schwierig, in Kurven eine saubere Linie zu halten. Im Alltagsmix bleibt der Saab trotz Hetze auf der Autobahn und Landstraße beim Spritverbrauch bei unter 10 Litern Diesel. Unser Fazit. Schön, dass es Saab überhaupt noch gibt und damit eine durchaus charmante skandinavische Alternative in der automobilen Mittelklasse. Allerdings müssen die Schweden noch kräftig nachbessern, vor allem bei der Verarbeitung im Detail. Sonst kann es sein, dass der Schwede auch in Zukunft beim Absatz seinen Wettbewerbern, vor allem denen aus Bayern und Schwaben, weiter nur hinterhergucken kann.